Und damit ein herzliches Willkommen zur sechsten Folge von Dungeons & Dragons Dark Alliance. Wir haben mittlerweile mal die Charaktere getauscht. Der Captain Yesterday spielt jetzt den kleinen Zwerg und dafür ich den neuen Assassin. Wollten das Ganze mal durch wechseln und ja. Ich bin zwar jetzt wieder auf Stufe 1, aber dafür sind die anderen beiden auf jeden Fall schon mal höher. Gucken wir uns jetzt aber trotzdem weiterhin den Act 3 an. Der Goblin-Turm. Ich bin mal echt gespannt auf den Assassin. Der geht eigentlich voll gut ab. Und der hat Unsichtbarkeit. Schicke ich euch beiden vor. Es liegt mich dahinter. Genau. Noch besser, du gehst so hin, dann schlägst du einmal die Gegner und dann machst du dich unsichtbar und die laufen alle auf uns. Ja. Let's go. Ich muss jetzt vor allen Dingen voll viel nachsammeln, weil mein Charakter ja noch nichts hat. Oh nein. Jetzt sind wir alle vergiftet. Du. Oh ne, ich auch. Spielt aber noch voll rein, weißt du so. Ja, jetzt bin ich eh schon vergiftet, ist egal. Komm mal kurz hier, äh. Komm mal kurz hier zusammen. Mal was testen. Sollt ihr denn? Hab ich auch was bekommen? Ja, Regeneration. Geil, Alter. Du bist vieles, finde ich nice. Ach, mit glühenden Füßen, Junge. Aua, Aua. Haa, du gieriger kleiner Zwerg. So, wirst du jemanden rum? Ja, ich. Du gieriger Zwerg. Oh, der ist schon weitergegangen. Oh, schön. Wo ist er denn? Hm, ich bin down. Wo? Ja, ich merke, ich halte einfach noch nichts aus. Ja. Wir spielen halt auf Stufe 3 und dafür bin ich eigentlich noch gar nicht ausgelegt. Egal. Du hast du einen Dix-Pin. Ja, ja, auf jeden Fall. Das sollte relativ schnell dann wieder hochgehen. Ist ich mich gerade geschlagen? Nein. Immer drauf da. Habt ihr denn die Tafel geholt? Nein, die Tafel habt ihr auch nicht geholt. Nee, noch nicht. Welche Tafel, Mann? Na, hier. Jetzt hat er hier das Gold. Warte. Drüben ist die Tafel gewesen. Spann ich mal. Oh, hier ist noch eine Goldkiste. Ja. Hm. Ist noch nicht geholt. Mal die Beutel hier. Komm mal her, ich will dir was zeigen. Ich hab hier nochmal ne Tafel. Der Arsch-Berserker hier. Gold. Aber ihr habt schon voll das Equipment gekriegt, ne? Ich hab noch gar nicht. Ich hab noch nichts bekommen. Jo, nicht. Was steht ja drin denn da? Beutel. Also die? Ja. Ich hab's rumgewusst. Das ist nicht schlafen. Was wir erstmal die Minions fertig machen. Bis bei den großen. Ja, auf jeden Fall. Hast du mal weglocken, irgendwie. Nicht so nah an den großen. Nicht so nah an den großen. Ich bin unsichtbar. Noch. Oh Gott. Machst du vorhin auch. Ich bin down. Ja. Ich bin unsichtbar. Okay, ich bin down. Kannst du nicht entscheiden? Der hat auf mich drauf gekotzt. Was soll ich machen? Hm. 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 Egal. Ihr regelt für mich. Hm. 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 Jetzt musst du aber meinen wiederbeleben. Hm. 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 Oh! Pist euch, du! Lieber mich wieder. Na jetzt nicht. Doch, das passt doch. Oh, ich muss wegkommen. Komm, hau zu großer. Oh! Oh, ist da wieder Stivo? Ach so, ja. Komm, ich komme. Muss ich mich echt so hindrehen? Zeit uns mal ein bisschen. Der liegt auf dem Boden. Haben wir. Voll. Au! Der Typ nur so auffacht. Was ist der Moment, wenn er realisiert? Ähm. Ja, wieder Loot. Auf jeden Fall. Komm mal her damit. Ich habe einen gewöhnlichen Kriegsserver bekommen. Auf jeden Fall. Ja? Ich fand Loot, Leute. Joden? Hier sind das nur für dich. Nur für dich. Wie krass bin, halt. Ja, also, wir haben ja schon gesagt, du cheatest. Ist das schon bekannt hier? Konfirm. Der kriegt alle Loot, Alter. Der kriegt alles. Oh, nochmal ne Tafel gefunden. Hier ist ne Kiste, ne? Ja. Komm mal auf. Ja, aber da ist krank. Loot drinne. Halt dran. Was stringt einfach runter. Mon, er hat es dieses gerade mal echt gesicht gegrüßt? Ich finde es immer komisch, dass diese roten Bunten, Alter. Die machen hauptsächlich Unschaden, aber nicht die Bunten. Wenn das wohl liegen kann... Oh, hier ist ein Item. Was war das gerade? Konnte ich gerade einen Angriff mit dir kombinieren oder sowas? Mit mir? Als wir neben mir stand und weg war. Da hatte ich so einen weißen Balken in der Mitte. Der lief mit drei so einen Deutschen. Und da stand da, ich sollte hin drücken. Ähm, nee, das ist... Du kannst den Finisher, oder? Das ist ein Finisher und den solltest du auch machen. Ah, okay. Das hab ich noch nicht gesehen. Das ist sogar dein stärkster Angriff, den du überhaupt hast. Okay. Mit dem hab ich mal einen Crit von 1900 hingelegt. Nice. Hm, Steve ist oben am Kämpfen. Wo seid ihr denn? Prommen. Was ist dir seit deinem? Blut eingesammelt. Achso. Das Blut, alter, was? Bin ich am Schluss? Was ist das kacke, Mann, wenn die am Rand stehen, ey. Dann springst du jedes Mal runter. Wir springen doch nicht. Der spricht doch automatisch hinterher. Der spricht doch automatisch hinterher. Wann hier unten noch irgendwas? Oh. Was haben wir da bei dir? Ja. Ah, hier war so ne Tafel. Hab ich eingesammelt. Nein, nicht. Nö, nicht. Ja, kam's. Ja, kam's. Ja. Da. Ja. Ich denke, wer muss ihr aussehen, oder die Gäste? Ja? Ja. 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 das war voll die beschwörung das war mal voll geil die installiert wir müssen immer diese grünen sträler und das unterbinden ja 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 auf jeden fall mehr aus aber bisher war jetzt noch nicht so eine große nummer ja 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 Die Emperor ist tot! Von behind! Die! Was ist vorbei? Ja! Die! 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 Oh nice! Die! Ich kann mich gar nicht erinnern, davon was eingesammelt zu haben. ausgelöste ich habe nichts das war ja wohl das zwergreich also muss ich ja wohl auch in die steppen kommen die schuhe bekommen hebt man nicht ab hier ja mal gucken wenn wir in die steppe kommen oder hier in dem in dem in dem in dem kanalisations reich hiervon alles aufdecken erst mal und dann abchecken ich habe auch noch eine hose bekommen das waren die schuhe hier der die beinschienen der feuerresistenz deswegen haben die geglüht blitzresistenz habe ich jetzt mal dazu gekriegt das ist auch gut feuer und säure resistenz der assassine arbeitet sehr viel mit resistenzen das gut ja noch mal feuerresistenz hoffenweise resistenz kälte resistent ich habe einen ring der ist so ultra wenn ich den besitzer damit erwischt dann wird euch ultra mäßig in den arsch kicken ich habe mich über den gucken was ich hier alles nehmen 100 prozent wandelt 100 prozent der geschichte geschicklichkeit und rüstung um ist auch heftig ja i take your junk ok talent habe ich so gehört habe ich auch schon nichts mehr meine ganze ausrüstung verkauft die ganze schrottausrüstung auch noch mal viel geld noch mal 2 3000 so ein bisschen konnte ich das ganze jetzt erhöhen mein favorit drow now there's a look what a deal that'll do nicely you can thank me later ich habe jetzt mal ein bisschen meine tränke mal aufgewertet auf stufe 2 ich habe bei mir diesen lieben ist schon gleich voll durch ich habe jetzt meine tränke mal aufgewertet aufgewertet ja i'll take your junk ja i'll take your junk so ja ich habe jetzt auch brennende stiefel so damit haben wir die sechste folge abgeschlossen wir bedanken uns auf jeden fall wieder fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat abonnieren glocke aktivieren verpasst nicht die nächsten videos und dann sehen wir uns der nächsten folge mit den hexen sehen wir uns dann wieder heute rein